Bin ich nicht ein Apostel, bin ich nicht frei? Hab ich nicht unseren Herrn Jesum Christum gesehen? Seid nicht ihr mein Werk in dem Herrn? Bin ich anderen nicht ein Apostel, so bin ich doch euer Apostel, denn das Siegel meines Apostelamtes seid ihr in dem Herrn. Wenn man mich fragt, so antworte ich also, haben wir nicht Macht zu essen und zu trinken? Haben wir nicht auch Macht, eine Schwester zum Weibe mit umherzuführen, wie die anderen Apostel und des Herrn Brüder und Käfers? Oder haben alleine ich und Barnabas nicht Macht, das zu tun? Welcher reiset jemals auf seinen eigenen Sollt? Welcher pflanzet einen Weinberg und isst nicht von seiner Frucht? Oder welcher weidet eine Herde und isst nicht von der Milch der Herden? Rede ich aber solch's auf Menschenweise? Saget nicht solches das Gesetz auch? Denn im Gesetz Mosi steht geschrieben, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, der da dreschet. Sorgt Gott für die Ochsen? Oder saget erst nicht aller Dinge um unserer Willen? Denn es ist ja um unserer Willen geschrieben. Denn der, der pflüget, soll auf Hoffnung pflügen, und der, der dreschet, soll auf Hoffnung dreschen, dass er seiner Hoffnung teilhaftig werde. So wie euch das Geistliche sehen, ist ein großes Ding, ob wir euer Leibliches ernten. So aber andere dieser Macht an euch teilhaftig sind, warum nicht vielmehr wir? Aber wir haben solche Macht nicht gebraucht, sondern wir vertragen allerlei, dass wir nicht dem Evangelio Christi ein Hindernis machen. Wisset ihr nicht, dass die der Opfern essen vom Opfer und die des Altars pflegen, genießen des Altars? Also hat auch der Herr befohlen, dass die des Evangelion verkündigen, sollen sich vom Evangelion nähren. Ich aber habe der keines gebrauchet. Ich schreibe auch nicht darum davon, dass mit mir also sollte gehalten werden. Es wäre mir lieber, ich stürbe, denn dass mir jemand meinen Ruhm sollte zunichte machen. Denn dass ich das Evangelion predige, darf ich mich nicht rühmen, denn ich muss es tun. Und wehe mir, wenn ich das Evangelion nicht predige. Tue ich's gerne, so wird mir's gelohnet. Tue ich's aber ungerne, so ist mir das Amt doch befohlen. Was ist denn nun mein Lohn? Nämlich, dass ich predige das Evangelion Christi und tue dasselbige frei umsonst, auf dass ich nicht meiner Freiheit missbrauche am Evangelio. Denn wiewohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst jedermann zum Knechte gemacht, auf dass ich ihrer viel gewinne. Den Juden bin ich worden als ein Jude, auf dass ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich worden als unter dem Gesetz, auf dass ich die, so unter dem Gesetz sind, gewinne. Denen, die ungesetz sind, bin ich als ungesetz worden, so ich doch nicht un Gottes Gesetz bin, sondern bin in dem Gesetz Christi, auf dass ich die, so ungesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich worden als ein Schwacher, auf dass ich die Schwachen gewinne. Ich bin jedermann allerlei worden, auf dass ich allenthalben ja etliche selig mache. Solches aber tue ich um des Evangelii ihr Willen, auf dass ich sein teilhaftig werde. Wisset ihr nicht, dass die, so in den Schranken laufen, die laufen alle, aber einer erlanget das Kleinod. Laufet nun also, dass ihr es ergreifet. Ein jeglicher aber, der da kämpfet, enthält sich alles Dinges. Jene also, dass sie eine vergängliche Krone empfangen, wir aber eine unvergängliche. Ich laufe aber also nicht als aufs Ungewisse. Ich fechte also nicht als der in die Luft streichelt, sondern ich betäube mein Leib und zähme ihn, dass ich nicht den anderen predige und selbst verwerflich werde. Ich will euch aber, liebe Brüder, nicht verhalten, dass unsere Väter sind alle unter der Wolken gewesen und sind alle durchs Meer gegangen und sind alle unter Mose getauft, mit der Wolken und mit dem Meer und haben alle einerlei geistliche Speise gegessen und haben alle einerlei geistlichen Trank getrunken. Sie trunken aber von dem geistlichen Fels, der mitfolget, welcher war Christus. Aber an ihr vielen hatte Gott kein Wohl gefallen, denn sie sind niedergeschlagen in der Wüste. Das ist aber uns zum Vorbilde geschehen, dass wir nicht uns gelüsten lassen des Bösen, gleich wie jene gelüstet hat. Werdet auch nicht abgöttische, gleich wie jene etliche worden, als geschrieben steht. Das Volk setzte sich nieder zu Essen und zu Trinken und stand auf zu spielen. Auch lasst uns nicht Hurerei treiben, wie etliche unter jenen Hurerei trieben und fielen auf einen Tag 23.000. Lasst uns aber auch Christum nicht versuchen, wie etliche von ihnen ihn versuchten und wurden von den Schlangen umbracht. Murret auch nicht, gleich wie jener etliche murrten und wurden umbracht durch den Verderber. Solch alles wieder fuhr jenen zum Vorbilde. Es ist aber geschrieben uns zur Warnung, auf welche das Ende der Welt kommen ist. Darum, wer sich lässet dünken, er stehe, mag wohl zu sehen, dass er nicht falle. Es hat euch noch keine denn menschliche Versuchung betreten. Aber Gott ist getreu, der euch nicht lässet Versuchung über euer Vermögen, sondern machet, dass die Versuchung so ein Ende gewinne, dass ihr es könnt ertragen. Darum, meine Liebsten, flieht vor dem Götzendienst. Als mit den Klugen rede ich, richtet ihr, was ich sage. Der gesegnete Kelch, welchen wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Bluts Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibs Christi? Denn ein Brot ist's, so sind wir viel ein Leib, die, weil wir alle eines Brots teilhaftig sind. Seht an den Israel nach dem Fleisch, welche die Opfer essen. Sind die nicht in der Gemeinschaft des Altars? Was soll ich denn nun sagen? Soll ich sagen, dass der Götze etwas sei? Oder dass das Götzenopfer etwas sei? Aber ich sage, dass die Heiden, was sie opfern, das opfern sie den Teufeln und nicht Gotte. Nun will ich nicht, dass ihr in der Teufel Gemeinschaft sein sollt. Ihr könnt nicht zugleich trinken des Herrn Kelch und der Teufel Kelch. Ihr könnt nicht zugleich teilhaftig sein des Herrentisches und des Teufelstisches. Oder wollen wir den Herrn trotzen? Sind wir stärker denn er? Ich habe es zwar alles Macht, aber es frommet nicht alles. Ich habe es alles Macht, aber es bessert nicht alles. Niemand suche, was sein ist, sondern ein jeglicher, was des Anderen ist. Alles, was feil ist, auf dem Fleischmarkt, das esset und forschet nichts, auf das ihr der Gewissen verschonet. Denn die Erde ist des Herrn und was drinnen ist. So aber jemand von den Ungläubigen euch ladet und ihr wollt hingehen, so esset alles, was euch vorgetragen wird und forschet nicht, auf das ihr der Gewissen verschonet. Wo aber jemand würde zu euch sagen, das ist Götzenopfer, so esset nicht um des Willen, der es anzeiget, auf das ihr des Gewissens verschonet. Die Erde ist des Herrn und was drinnen ist. Ich sage aber vom Gewissen nicht dein Selbst, sondern des Anderen. Denn warum sollte ich meine Freiheit lassen urteilen von eines Anderen Gewissen? Denn so ich's mit Danksagung genieße, was sollte ich denn verlästert werden über dem, dafür ich danke? Ihr esset nu oder trinket oder was ihr tut, so tut es alles zu Gottes Ehre. Seid nicht ärgerlich weder den Juden noch den Griechen noch der Gemeinde Gottes. Gleich wie ich auch jedermann in allerlei mich gesellig mache und suche nicht was mir, sondern was vielen frommelt, dass sie selig werden. Seid meine Nachfolger gleich wie ich Christi. Lasst uns weiterarbeiten und pflichtbewusst die Verantwortung wahrnehmen, die uns gegeben ist. Sucht ein Leben mit Sinn und erkennt eure Berufung. Bringt ein Leben mit Sinn die Fülle in mein Dasein? Wird mein Dasein bedeutsam, wenn ich meine Berufung erkenne? Bestelle das Fibelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fibelzeit.de